Willkommen in der Presserie im Gendarmenmarkt. Hallo, mein Name ist Angelika Wittmann. Ich mache meine Ausbildung zur Restaurantfachfrau und bin derzeit im zweiten Lehrjahr. Ich bin seit knapp drei Jahren in Berlin und seit zwei Jahren arbeite ich jetzt hier in der Presserie am Gendarmenmarkt. Ich habe vorher schon im Hotel gearbeitet, aber Restaurant ist besser. Hallo, mein Name ist Helmut Hohanski. Ich bin Prokurist und Personalverantwortlicher im Restaurant Presserie am Gendarmenmarkt. Die Brasilien am Gendarmenmarkt ist ein Restaurant, was ungezwungen, aber dennoch stilvoll ist und zur gehobenen Gastronomie gehört. Uns ist wichtig, dass unsere Auszubildenden im Team aufgenommen werden und nach einiger Zeit auch eigenverantwortlich arbeiten können. Wir haben immerhin ein offenes Ohr für die Anliegen unserer Auszubildenden und unterstützen sie auch bei externen Weiterbildungsmaßnahmen und stellen sie auch frei für Wettbewerbe, beispielsweise den KreativCup 2018. Es wird sich ja sehr spannend, am Finale vom KreativCup teilzunehmen. Durch den Vorentscheid habe ich es ja schon geschafft. Das Finale vom KreativCup ist natürlich eine sehr gute Vorbereitung für die Abschlussprüfung. Untertitelung des ZDF, 2020